Ex-US-Präsident Donald Trump freut sich über einen neuen Job Er kommentiert einen Boxkampf Ringfrei für Donald Trump 75 Der ehemalige US-Präsident wird am kommenden Samstag, 11. September, einen Boxkampf kommentieren, allerdings nur als Gast. An seiner Seite wird auch sein Sohn Donald Trump Jr. 43 Auftreten Wie der US-Streaming-Dienst Fitte auf Twitter bekannt gab Bei dem Match wird der als The Real Deal bekannte Evinder Holyfield, 58, sein Comeback im Boxring geben Der letzte Profikampf des mehrmaligen Weltmeisters liegt bereits mehr als zehn Jahre zurück, am 7. Mai 2011 besiegte er Brian Nielsen, 56, in Dänemark Am 11. September 2021 wird Holyfield in Florida nun gegen Vitor Belfort, 44, in den Ring steigen Damit geht er als Ersatz für Oscar de la Hoya, 48, an den Staat, der mit Covid-19 im Krankenhaus liegt und deswegen nicht am Kampf teilnehmen kann Das teilte der Profiboxer am vergangenen Freitag, 3. September, via Twitter mit Donald Trump freut sich auf den Kampf Ich liebe großartige Kämpfer und großartige Kämpfe Ich freue mich darauf, beides an diesem Samstagabend zu sehen und meine Gedanken am Ring zu teilen Man wird dieses besondere Ereignis nicht verpassen wollen, erklärte Co-Kommentator Donald Trump laut Variety in einem Statement In den 80er und 90er Jahren war der Ex-Präsident bereits Gastgeber von Boxkämpfen in seinen eigenen Kasinos In den 80er Jahren war der Ex-Präsident